Das Jahr 2022 ist zu Ende und dementsprechend werde ich jetzt heute mal mein Team of the Year benennen. Also 11 Spieler, eine Mannschaft, auf jeder Position einer, den ich dort am besten fand das Jahr über. Und wir werden direkt mal rein starten. Ich nenne immer den einen und dann noch ein paar Honorable Mentions, also wer es verdient hat auch noch erwähnt zu werden. Wir starten im Tor mit Thibaut Courtois. Der belgische Torhüter von Real Madrid war überragend in der Champions League, vor allem im Finale und hatte sich eigentlich allein deswegen verdient. War jetzt zum Ende der Saison hin ein bisschen wackelig bei Real, aber auch bei Belgien, bei der WM. Aber dennoch sehe ich halt wirklich keine Konkurrenz für ihn in diesem Jahr. Klar Emiliano Martins bei der WM, aber der war bei Essen Villa wackelig und das ist jetzt auch kein Top-Klub gerade. Und daher gehe ich mit Courtois. Rechtsverteidiger ist bei mir Joao Cancelo von Manchester City. Hat auch oft als Linksverteidiger gespielt, spielt da auch immer inverse im Ballbesitz, gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Auch gegen den Ball relativ stabil und offensiv halt überragend, deshalb ist er für mich hier verdient drin. Ich habe auch überlegt, ihn auf die Linksverteidigung zu packen, aber da habe ich eine andere Option. Wen man auf der Rechtsverteidigung noch nennen sollte, ist auf jeden Fall Hakimi. Fand ich bei PSG nicht so stark, aber hat eine gute WM gespielt. Dann Reece James war auf jeden Fall richtig stark bei Chelsea, einer der besten Rechtsverteidiger. Hat dann halt leider die WM verpasst und auch einen Kieran Tripp hier, wird jetzt viele überraschen. Aber Newcastle United ist im Moment eine der besten Mannschaften, also das vergangene Jahr über, also seit der Wintertransferphase letztes Jahr. Und da wird auch noch ein Spieler von kommen und Tripp hier ist auf jeden Fall ein wichtiger Spieler. Ich würde sagen, ich mache direkt mal noch den Linksverteidiger nebenher, weil ich da auch überlegt habe, packe ich da Cancelo hin und einen von den genannten gerade dann auf die Rechtsverteidigung. Aber als Linksverteidiger hat mir Theo Hernandez am besten gefallen, bei AC Mailand wirklich eine überragende Saison gespielt. Bei der WM hat er mir nicht so gut gefallen, da habe ich ihn ja auch nicht ins Team des Turniers gepackt. Aber bei Milan war er wirklich geisteskrank und ist deshalb verdient drin und Alternativen sehe ich da keine auf der Position. Außer halt eben Cancelo, aber den habe ich jetzt rechts. Kommen wir in die Innenverteidigung und da mache ich es recht kurz. Rechter Innenverteidiger ist bei mir Van Dijk. Mit Liverpool, glaube ich, zwei Titel geholt, aber nur so kleine, wenn ich richtig liege, ich hoffe mal. Und ist auch stellvertretend als einziger Liverpool-Spieler drin für die Leistung in der Champions League, wo man das Finale erreicht hat, auch wenn man diese Saison halt nicht so stark ist. Und der linke Innenverteidiger ist für mich dann David Alaba. Und ja, der war überragend für Real, haben die Champions League und die Liga gewonnen. Da gibt es für mich eigentlich nicht viel drüber zu reden. Der ist für mich absolut gesetzt. Über Van Dijk könnte man ein bisschen diskutieren. Da gibt es auch Alternativen wie einen Thiago Silva, Marquinhos. Auch Upamecano oder Ruben Diaz könnte man da reinstellen. Generell muss ich sagen, die Innenverteidiger waren für mich das Schwerste, weil da eigentlich relativ wenige auf dem Top-Niveau performt haben. Im Gegensatz zur Offensive, wo es wirklich viele verschiedene Optionen gibt. Kommen wir zu meinem Sechser. Da werden mir vielleicht viele widersprechen. Aber für mich ist es einfach Casemiro, der Brasilianer, bei Real wirklich entscheidend gewesen in den großen Spielen für die Champions League. Ziemlich unscheinbar, deswegen werden es viele nicht so wahrnehmen. Aber ist einfach der beste Sechser in meinen Augen. Hat auch eine überragende WM gespielt. Als Alternativen gibt es da natürlich Kimmich, der auch stark ist, aber halt außer der Bundesliga nichts geholt hat und auch nicht wirklich weit gekommen ist. Sei es Champions League oder WM. Rotri sollte man auch erwähnen. Der war auch wirklich knapp. Da habe ich überlegt, ob ich den statt Casemiro nehme. Stark bei Manchester City, stark in Distanzschüsse vor allem. Und auch bei Spanien. Auch wenn die nicht wirklich weit kamen, war er da wirklich sehr stark in der Innenverteidigung. Und auch Bruno Guimaraes erwähne ich mal. Haben jetzt auch nicht viele auf dem Schirm. Aber wie der Newcastle transformiert hat in einen Top-Club, ist wirklich geisteskrank. Der carry die richtig krank mit Tripp hier zusammen. Und deswegen habe ich die beide mal von Newcastle hier als Erwähnung zumindest drinnen. Das System ist ein 4-2-3-1, muss ich gerade mal noch ergänzen. Mit einem Sechser, einem Achter und einem Zehner. Und jetzt kommt der Achter. Und das ist für mich Luka Modric, nächster Realspieler. Champions League gewonnen, überragend. WM, Kroatien, auch Nations League. Geisteskrank, was der in seinem Alter noch abliefert, muss ich nicht viel zu sagen. Zudem finde ich Bernardo Silva auch ein unscheinbarer Spieler. Aber für City extrem, extrem wichtig. Ebenso wie Enzo Fernandes. Ja, der hat das erste halbe Jahr noch in Argentinien gespielt. Aber auch da war er schon auf einem kranken Niveau für River Plate. Dann zu Benfica, mit denen alles zerstört. Und dann noch bei der WM eigentlich mit der beste Spieler hinter den Offensiven. Deshalb auch hier eine Erwähnung wert. Kommen wir zu den Offensiven. Ich fange an mit dem rechten Flügel. Und da musste ich Mbappé rüberstellen. Weil ein klassischer rechter Flügel hat jetzt nicht wirklich überzeugt. Man kann noch Valverde erwähnen. Der könnte auch im ZM spielen. Hat aber meistens rechter Flügel gespielt. War da auch überragend. Hätte es eigentlich auch verdient gehabt. Aber Mbappé muss rein. Links habe ich andere Optionen. Und ich meine, er hat ja auch anfangs bei seiner PSG-Zeit rechts gespielt. Deswegen der jetzt rechts. Und der zweite PSG-Spieler ist natürlich auch klar. Lionel Messi. WM gewonnen. Mehr will und muss ich nicht zu sagen. Außer zu seinen Alternativen. Und da gibt es auch geisteskranke Optionen. De Bruyne hat es auch verdient. Schafft es leider nicht. Weil Messi krank ist. Und auch Modric. Und auch Neymar war überragend. Wenn er gespielt hat. Sei es für PSG. Oder bei Brasilien bei der WM. Auch wenn er da kurzzeitig raus war. Zudem sollte man auch einen Christopher Nkunku erwähnen. Der geisteskranke Score-Zahlen abgeliefert hat. Vor allem wenn man bedenkt, wie schwach sein Team zeitweise war. Kommen wir zum linken Flügel. Und da gab es für mich zwei Optionen. Es war so ziemlich 50-50. Wen ich da nehme. Von Real habe ich schon fünf Spieler drin. Will ich da einen sechsten? Nicht unbedingt. Dennoch. Vinicius Junior hätte es sich verdient. Aber ich habe mich für die andere Option entschieden. Und das ist Rafael Leao. Der ziemlich underrated ist bei AC Mailand. Der hat die mit Theo Hernandez. Die linke Seite. Die haben die wirklich zum Meistertitel gecarried. Was der für Performances abgeliefert hat. Finde ich wirklich überragend. Und deshalb sollte Leao zumindest erwähnt werden. Bei mir ist er als erste Option drinnen. Kommen wir zum Abschluss zur Stürmerposition. Und da war es für mich eigentlich so klar wie sonst nirgends. Außer im Tor vielleicht. Und auch hier ist es ein Realspieler mit Karim Benzema. Hat die zum Champions League Titel absolut gecarried. Und alles zerschossen. WM verpasst. Aber dennoch muss er hier drin sein. Auch einen Lewandowski und einen Haaland sollte man erwähnen. Aber die haben definitiv zu wenig gezeigt. Um an Benzema vorbeizukommen. Das ist also soweit mein Team of the Year. Mein Team des Jahres. Schreibt mir sehr gerne euer Team in die Kommentare. Lasst mich wissen was ihr von meinem Team denkt. Und wenn euch das Video gefallen hat. Lasst mir sehr gerne ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.